Die Klemmbausteine, unendliche Teiler. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Abenteuer von Nobby, der hier ganz in der Nähe ist, um neue Sets zu entdecken, unbekannte Bautechniken und neue Klemmbauteiler. Nobby dringt aber in Klemmbausteinsets vor, die nie ein Klemmer zuvor gesehen hat. Einen wunderschönen guten Tag und schaut mal, mein zweites Star Trek Set. Wir hatten ja schon den Klingon Bird of Ray gebaut und jetzt habe ich hier von Blubricks die Deep Space Nine in der kleinen Version mit der Artikelnummer 104.171. Rückseite, das Modell, leicht angedeubter Goldgelber Fuß, die wird nicht Gold sein und nichts besonderes für die Technikkonstruktion. Also wer in dem Maßstab irgendwas größer, detailliertes erwartet, der wird enttäuscht sein. Wir packen hier einfach auf, stehen auf dem Kopf, komisch. Gut gefüllt, wie beim ersten Set auch, aber lassen. Hier haben wir den großen Technikranz, eine Anleitung, eine Flieger mit Startback XPS Nine. Und zwei Anleitungen, Part 1, Part 2, ernsthaft. Zwei in der Teile, zwei Bauanleitungen. Okay, also Jungs, könnt ihr diesen ehemaligen Lego Mitarbeiter wieder entlassen, das muss ja nicht sein. Also hier haben wir ein Faltblatt, beim ersten Set hatten wir doch eine richtige Anleitung, sage ich mal. Eine wunderschöne, hier haben wir so eine Sluba- und Faltblatt. Lass uns mal gucken, Bauchschritte sind übersichtlich. Nur vorhergehendes, wird verblasst, ja, also im Prinzip ist es wie die Anleitung auch, nur eben im Ankonformenrad. Anzeige der Größe der Fliesen, ab zwei, drei Jahren. Also wir haben halt den Weg gewählt, ich mag also Blätteranleitungen. Am liebsten habe ich ja eine PDF, ich weiß jetzt gar nicht, ob da Bluepricks zusätzlich noch eine PDF bekommen, aber ich glaube nicht. Es gibt nun entweder oder. Ja, dann schauen wir uns mal die Teilchen hier an. Farblich, sehr übersichtlich. Nichts Überraschendes, finde ich super. Gut, es lässt sich auch nicht, wie bunt es irgendwo verstecken. Ja doch, das ist so eine Art Pearl Gold. Sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Nö, ist so gut. Ist echt gut. Oh, ja, ja. Zwei Teile. Mügelperle Einführhülse. Aber da werden wir wieder die Concobi nehmen. Wo die Materialien sehr beliebt sind, aber wie gesagt, die Concobi gehen einfacher. So, jede Menge graue Teile halt. So, jede Menge graue Teile halt. Braue auch dafür. So, und die letzte Tüte. Ach, hier ist irgendwo ein Teil. Ach, na boah. Ja, wie gesagt, Farblich entspannt. Trans Clear ist mehr so Trans Milch. Da da aber wahrscheinlich eh ein schwarzer Pin drin rum springen wird. Ist das... Wurscht. Nö, ich habe keinen Pin vorgesehen, ne. Ach so, vielleicht mache ich mir eine Aktion. Mal gucken, wie stabil das wird. Ja, ansonsten jede Menge grau. Riesenqualität sieht. Sieht gut aus. Ja, keine Größe und Platze. Alles super. Haben wir mal. Ja, hier haben wir also diesen Technik-Krans. Wahrscheinlich kommen hier Achsen rein. Ich weiß noch, wie das festgemacht wird. Werden wir es gleich sehen. Ist bestimmt für so eine Backe oder so für so einen Kran. Als Drehkranz. Ja. Aber das ist schon mal ungefähr die Größe. Also, ist das nicht unordentlich. Hätte ich jetzt nicht so groß gedacht. Von der Packung her. Naja, da bin ich mal gespannt. Gut. Dann klopfe ich die jetzt mal zusammen. Und dann rede mal über das Ergebnis. Da hätten wir sie. Die Raumstation, die ist nein. Aus der gleichnamigen Star Trek Serie. Das Set von Blubrixx. Ein Pro Set. Mit Artikelnummer 104. 171. 200 Teile. Ein Print. Keine Miniviguren. Ja Leute. Was soll ich sagen. Ich finde das Ding genial. Also für die Größe. Direkt wieder erkannt. Ich meine. Brauchen wir nicht damit diskutieren. Dass das jetzt nicht alles so ausgearbeitet ist. Ist dem Maßstab schuld. Aber das in dem Maßstab so hinzubekommen. Finde ich absolut genial. Ich bin absolut begeistert. Anleitung. Wie bei dem Klingonenfighter. Super easy. Vielleicht sogar noch ein Stückchen besser. Weil ich habe hier. Ich konnte hier einfacher bauen. Da war wirklich gar nichts unverständlich. Alles super. Ein paar Ersatzteile haben wir übrig. Dieses blaue Ding zum Einfädeln. Was ich für ungeeignet halte. Ein paar 1 Teile wie bei Lego auch. So. Dann kommen wir mal zu dem Set. Dazu hole ich das da mal runter. Ja. Hätten wir das schöne Modellchen. Ich habe es beim Side of Preto wieder mal vergessen. Ihn auszumessen. Ich habe es dann. Oder muss es noch im Video einfügen. Die Station ist. 17 cm Durchmesser. Und ja. Wenn wir die Pylonen ganz hoch stellen. 16 cm. Realistisch. Wir haben es halt 15. Fangen wir mal zu dem Set. Also die Lösung mit diesem Technikring. Mit dem Zahnkranz. Finde ich mega genial. Auch die Anbringung der Pylonen. Über Hinchbricks. Dass man sie kippen kann. Dann hier oben über sie klemmen. Und mit einer Blade Modified. Mit Halterung. Mit einer schier unglaublichen Klemmkraft. Also die. Der Stein auf der Blade Modified hier unten. Der ist ein bisschen labil. Aber es geht auch. Wenn man halt dran kommt geht er ab. Der hängt halt auf zwei Noppen. Das ist halt jetzt nicht das stabilste. Ja. Und die ist gar nicht so einfach anzufassen. Die Station ohne an diese Pylonen zu kommen. Aber dafür hat sie ja auch einen Standler. Ja. Der Standler. Unten mit diesen Goldteilen. Der große Tisch ist oben drauf. Auch in diesem Pearl Gold. Wenn ich das mal. Gelb Gold. Ich zeichne immer hier. Bedrucktes Schild. Star Trek. Geek Space Nine. In der Mitte haben wir eine Achse drin. Dann die Transclear Elemente. Also das rotes. So wahrscheinlich das blickende Stationslicht. Unten darstellen. Dann haben wir hier so mit Schraubenschlüssel. So ein paar Elemente gebaut. Als Dekoration. Hier so Kuhhörner im Grau. Sorry. Ich muss schon wieder mal einen Schnitt machen. Junge Katzen sind sehr aufmerksamkeitsbedürftig. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Kuhhörnern. Wenn das sowas ist. Also. Wenn ihr es so anguckt. Sieht doch aus wie so ein Bulle. Oder so ein Geweih. Ja Katze. Da bist du ja schon wieder. Es ist nichts zu phasen. Jetzt werden wir hier in zwei Stunden verschwunden. Heute geht es mir nicht mehr von der Seite. So. Hier oben drauf haben wir so ein Kranz gebaut. Mit so. Viertel. Rundfliesen. Der wird auch einfach nur drauf gelegt. Der ist an drei Stellen verbunden. Und wird hier auf zwei Jumperplates drauf gelegt. Und dann wird er auf jeden von dieser Halterung oben mit einem Slope becondert. So dass der da fest drauf ist. Geniale Technik. In der Mitte einfach nur ein Zahnrad. Deko halt. Die oberen Pylonen halt auch wieder hier zum absenken. Wo haben wir das Star Trek Schildchen da. Ja man darf halt nicht an die Pylonen kommen. Es ist wirklich. Ja. Schönes Schildschildchen. Passt auch zu dem Bird of Prey. Bin auch nicht größenmäßig. Aber wie klein wohl soll man dieses Raumschiff bauen. Und das da hinten ist eine 2x3plate oder was. Aber so nebeneinander sehen die doch ganz schick aus. Jetzt holen wir uns noch die Voyager zu. Die baue ich jetzt als nächstes. Und dann schauen wir uns die drei Mini Sits mal gemeinsam an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und denkt immer dran. Klemmbausteine verbinden.